Ich bin Jonathan Hain, arbeite in der Schreinerei Baulich. Nach meiner Ausbildung wurde ich hier übernommen, habe dann zwei Jahre als Geselle gearbeitet und habe mich dann dazu entschieden, eine Weiterbildung zum Meister zu machen. Und das habe ich dann nebenbei auch hier im Betrieb mitgemacht und habe das dieses Jahr dann erfolgreich abgeschlossen. Mir macht Spaß, dass man den Auftrag in die Werkstatt bekommt und dann wirklich von A bis Z alle Aufgaben erledigen kann. Egal ob Schneiden, ob Schleifen, Lackieren oder die Montage ist, man macht wirklich das Möbel vom Anfang bis zum Ende. Man sieht am Ende auch, was man gemacht hat und das macht einem sehr viel Spaß. Während meiner Ausbildung hier bei der Schreinerei Baulich habe ich auch bei mehreren Wettbewerben teilnehmen können und dort hat mich auch der Herr Klaus Baulich, der Chef, unterstützt und habe auch bei den Wettbewerben erfolgreich abgeschlossen. Und für die Unterstützung bin ich sehr dankbar und auch froh, dass die mir in der Ausbildung auch gegeben wurde.